Hi! Sicher kennst du diese Werbeanzeigen auch, die dich momentan, egal ob auf YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, wo auch immer du unterwegs bist, ständig anspringt, nämlich Ich zeige dir, wie du innerhalb von zwei oder drei Wochen siebenstellig wirst. Wir sprechen in diesem Video über die Riesenlüge, die sich dahinter verbirgt und ich zeige dir sieben Schritte, die es wirklich braucht, um ein Online-Business in den Erfolg zu führen. Wenn dich interessiert, was ich dazu sage, dann bleib dran! Ja, hi! Mein Name ist Kirsten Beamer und gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Conny betreiben wir eine Online-Marketing-Agentur, denn wir haben selber vor fünf Jahren den Schritt aus einem klassischen Offline-Business in die Online-Welt gewagt. Und auf diesem Kanal bekommst du von uns regelmäßigen Input, wie du dein eigenes Online-Business erfolgreich und vor allen Dingen nachhaltig gestalten kannst. Und wenn du meine letzten Videos gesehen hast, dann hast du bemerkt, dass ich da mal so ein bisschen über sogenannte Mitbewerber gesprochen habe. Und zwar nicht, um sie schlechter zu machen, um dadurch mehr Profit für uns herauszuholen. Nein, es ging mir in erster Linie darum, dich zu schützen. Also dich vor diesen ganzen Angeboten da draußen zu schützen und die Resonanz auf die letzten Videos zeigt uns auch, dass wir damit auf einem richtigen Weg sind. Denn ganz persönlich und wenn du dir auch andere Videos von mir angeschaut hast, vielleicht auch schon mal auf unserer Facebook-Seite warst, dann weißt du, dass ich ein riesen Fan des Online-Business bin und darin auch wirklich eine Zukunft sehe. Und auch der festen Überzeugung bin, dass jeder, wirklich jeder, online Geld verdienen kann. Nur da draußen wird dir natürlich immer wieder eine riesen Lüge aufgetischt und die sagt, ich zeige dir, wie du innerhalb von drei oder sechs Wochen oder vielleicht auch zwölf Wochen siebenstellig wirst. Und siebenstellig sein heißt bei diesen Leuten, dass du Millionenumsätze machst. Und das ist wirklich eine der größten Lügen, die es gibt. Und mit dieser Lüge versucht man, dich zu triggern. Und da versucht man, dich in sogenannte Schneeballsysteme oder auch Pyramidensysteme hineinzuholen. Und wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, was ist denn überhaupt ein Schneeballsystem oder ein Pyramidensystem, dann möchte ich dir das ganz kurz erklären. Bei diesem Verkaufssystem geht es darum, dich erstmal in einen geschlossenen Kreis hineinzuholen, wo du für das Produkt, welches du hinterher bewerben sollst, erstmal selber sehr viel Geld bezahlen sollst. Und sehr viel ist natürlich immer so im Auge des Betrachters. Manchmal können 10 Euro sehr viel Geld sein, manchmal können 1.000 Euro sehr viel Geld sein. Für andere wiederum sind 10.000 Euro sehr viel Geld. Deswegen ist der Betrag eigentlich unerheblich. Fakt ist aber, du musst erstmal das Produkt selber kaufen, welches du dann hinterher verkaufen sollst. Und Schritt 2 ist, diese Systeme leben davon, dass du sie an deine Bekannten, an deine Freunde, an deine Familie weitergibst. Und ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, dass ja ein sehr großer bzw. ein sehr bekannter Online-Marketer in Deutschland genau diese Strategie fährt. Es ist nicht an mir, das rechtlich zu beurteilen. Ich halte es aber für sehr, sehr fragwürdig, wenn du aufgefordert wirst, einfach mal in deinem Telefonbuch auf dem Handy zu schauen und die 100 Leute anzuschreiben, die bei dir quasi drinstehen und denen dieses Produkt anzubieten. Das sind so für mich immer so die ersten Zeichen dafür, dass an der Stelle irgendetwas nicht so ganz koscher ist. Und da solltest du halt auch aufpassen. Nur leider Gottes in den letzten Jahren oder gerade auch in den letzten Monaten, gerade in 2020, hat das eine Riesenwelle hervorgerufen. Und das ist natürlich auch klar, weil viele momentan versuchen, irgendwo Geld zu verdienen, irgendwo jetzt auch in diese Goldgräberstimmung. Denn das ist es eigentlich quasi, mit einzutauchen und sich ein großes Stück von dem Kuchen mit abzuholen. Doch diese Strategie mit, ich zeige dir, wie du innerhalb kürzester Zeit viel Geld verdienst, macht nur eine Person reich, nämlich die, die diese Lüge in die Welt setzt. Wir möchten dir hier auf diesem Kanal und auch insbesondere mit diesem Video jetzt kurz zeigen, welche sieben Schritte aus unserer Sicht notwendig sind, damit du wirklich ein erfolgreiches und vor allen Dingen nachhaltiges Online-Business dir aufbauen kannst. Und dabei ist es egal, ob du ein eigenes Coaching-Business hast, ob du ein Affiliate-Business hast, also wo du die Produkte von anderem bewirbst, ob du ein E-Commerce-Business hast, also wo du Produkte verkaufst, die du vielleicht selber herstellst oder auch Produkte, die du an anderer Stelle einkaufst, ob du ein Print-on-Demand-Business hast oder was auch immer. Diese Schritte funktionieren für all diese Business-Modelle und sind gleichermaßen zu beachten. Also lass dich so ein bisschen inspirieren und prüf doch einfach mal, auf welchem Level du gerade bei deinem Business bist oder welche Level du noch vor dir hast. Okay und somit lass uns starten und ich bin mir wirklich sicher, dass du dich in den genannten Punkten wieder findest, weil du gerade vielleicht an genau diesem Punkt bist oder vielleicht, dass gerade die Schraube ist, an der du drehen müsstest, um wirklich auf das nächste Level deines Erfolges zu kommen. Der erste Punkt und das ist wirklich ein Kardinalsfehler und ja, wir outen uns, ich oute mich, auch wir haben diesen Fehler zu Beginn gemacht. Das erste ist nämlich, kenne deine Zielgruppe und damit meinen wir, weiß, was die Zielgruppe bewegt, welche Pain-Points sie haben, welche Lösung sie sich wünschen, vor welchen Problemen sie gerade stehen. Den Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, wir haben unser Produkt aus dem Offline-Bereich genommen. Wir haben einfach gesagt, okay, wir packen das Ganze jetzt in ein Video-Format und dann fangen wir an, das Ganze zu bewerben. Das war aber eine Thematik, mit der wir im Offline-Bereich unterwegs waren. Das hatte mit einem Online-Business überhaupt nichts zu tun und hat auch nicht wirklich die Klienten erreicht, die bereit waren, dafür Geld auszugeben. Deswegen das Erste ist wirklich, das sind die Basics. Kenne deine Zielgruppe, weiß, welche Wünsche sie hat, weiß, welche Pain-Points sie haben, welche Lösungen sie sich wünschen, vor welchen Problemen sie gerade stehen. Und erst wenn du das wirklich herausgearbeitet hast, kannst du dich an Schritt 2 wagen. Und Schritt 2 setzt direkt dort an, wenn du erst einmal herausgefunden hast, wen du erreichen willst, was für Probleme die haben, solltest du im nächsten Schritt eine Problemlösung erstellen. Also löse dieses Problem oder helfe der Zielgruppe, dorthin zu kommen, wo sie gerne hin möchte. Es bringt ja nichts, wenn du irgendwie weißt, wen du erreichen willst, aber keine Lösung anbieten kannst. Dann ist das zwar schön, dann hast du Schritt 1 zwar gut gemacht, aber du wirst damit kein Geld verdienen. Also Schritt 2 ist wirklich, schaffe eine Lösung her, kreiere eine Lösung für diese Zielgruppe, damit dieses Problem, damit dieses Hindernis beiseiter geräumt wird und deine Zielgruppe wirklich in die Transformation gehen kann. Der dritte Punkt, und das ist etwas, was gerade in der letzten Zeit ein sehr, sehr wesentlicher Punkt ist. Es ist aber auch ein Punkt, der war mir in meiner Tätigkeit als Coach im Offline-Bereich immer sehr, sehr wichtig, nämlich baue ein Vertrauen auf zu deiner Zielgruppe. Also nicht nur ein Vertrauen in deine Person, sondern vor allen Dingen auch in deine Kompetenz. Und da werden wir halt immer gefragt, Mensch Kirsten, wie geht denn das überhaupt? Wie können wir Vertrauen aufbauen? Weil die Leute haben ja nicht direkt mit uns Kontakt und da ist der Schlüssel zum Erfolg wirklich guter Content. Also liefere guten Content, wo du über die Probleme sprichst, die deine Zielgruppe hat und zeige auf, welche Lösungen möglich sind. Zeige Erfolgsstories. Liefere erstmal, bevor du den Geldbeutel aufmachst und sagst, und hier bitte zahlen. Also erstmal wirklich Vertrauen aufbauen, indem du immer wieder Content herausbringst. Und wer mich kennt und auch schon unsere Facebook-Videos oder unsere Live-Talks auf Facebook verfolgt, der weiß, dass ich persönlich ein riesen Fan davon bin, erstmal eine Plattform oder vielleicht zwei Plattformen zu meistern, bevor man sich an die nächste heranwagt. Und das heißt, du konzentrierst dich mit deiner Content-Strategie auf die eine Plattform. Allerdings sollte das natürlich auch die Plattform sein, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Es bringt ja nichts, wenn du eine Zielgruppe herausgearbeitet hast, eine Lösung für dieses Problem hast und auch Content lieferst, aber dabei auf der komplett falschen Plattform unterwegs bist. Also das gehört auf jeden Fall auch mit zu der Strategie, herauszufinden, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, damit du dort auch den Content entsprechend liefern kannst. Und damit kommen wir auch schon zum vierten Punkt. Das sieht immer so komisch aus. Also vier. Der vierte Punkt auf deiner Erfolgsleiter ist im Grunde genommen, dass du dir die Fähigkeit aneignen musst oder du jemanden kennen musst, der das kann, deine Vorteile deines Produktes oder die Vorteile des Produktes auch wirklich zu kommunizieren. Das ist auch für uns eine Reise gewesen, weil am Anfang alle gesagt haben, ja, du musst darüber schreiben. Ja, also du musst Artikel schreiben, du musst Blogartikel schreiben. Jetzt bin ich aber, ich persönlich, eine Rampensau und ich liebe es, vor der Kamera zu interagieren. Ich liebe es, ein Mikrofon vor der Nase zu haben. Also war es wichtig, dass wir uns diese Fähigkeit beigebracht haben, ich mir diese Fähigkeit beigebracht zu haben, diese Technik zu nutzen, um unsere Botschaft einfach nach draußen zu bringen, ja, um zu erklären, was die Vorteile unserer Lösung sind. Ja, du brauchst diese Fähigkeit auch, um deinen Content nach draußen zu bringen, ja. Das ist einfach wichtig. Und wenn ich mit Klienten heute arbeite oder auch früher gearbeitet habe, habe ich immer wieder gerne diese Übung des Elevator Pitch genutzt. Das heißt, innerhalb von ein paar Sekunden die Verkaufsargumente für dich oder für dein Produkt oder für deine Leistung wirklich auf dem Punkt zu kommunizieren. Und das erlebe ich immer wieder da draußen, gerade wenn ich mir Videos anschaue von anderen Coaches, von anderen Beratern, ja, die sprechen dann viel über die Technik, über die Coaching-Technik, die erzählen dann viel über ihren eigenen Weg, ja. Aber sie schaffen es nicht, diese Transformation herzustellen oder diese Brücke herzustellen, was denn jetzt ihre Lösung mit dem Ziel der Klienten zu tun hat, mit dem Ziel der Kunden. Und das ist eine große Kunst und das muss man üben. Aber das kann man schaffen. Und das ist, wie gesagt, auch unabhängig davon, was dein eigentlich Business ist. Du musst die Vorzüge deines Produktes, deiner Lösung wirklich auf dem Punkt kommunizieren können. Und ob du dafür das geschriebene Wort nimmst, das gesprochene Wort, das sichtbare Wort, ja, was auch immer, das ist total abhängig, A, von deiner persönlichen Präferenz, von deinem persönlichen Vorlieben, aber natürlich auch, und das ist noch wichtiger, von den Vorlieben deiner potenziellen Kunden. Denn wenn deine Kunden sich keine Videos anschauen, dann bringt es nichts, wenn du Videocontent produzierst, wenn deine Kunden nicht gerne lesen, dann bringt es nichts, wenn du Blogbeiträge schreibst, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir ganz genau anschaust, was ist denn aus Sicht des Kunden auch der richtige Weg, meine Botschaft nach draußen zu bringen. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 5, also 5, ja. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 5. Und das ist eine, ja, zuverlässige Technik, mit der du deinen Content auch verkaufen kannst, ja. Du brauchst einen vernünftigen Weg, dass die Menschen auch für deine Lösung bezahlen können. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Dazu gehören für mich, also einmal die Abwicklungsanbieter, in Deutschland ist ja da Digistore, Elo Page beispielsweise, der groß. Da gibt es aber auch viele, viele andere Möglichkeiten, also dass du wirklich am Ende, wenn der Kunde gesagt hat, ja, ich möchte es kaufen, dass er also auch sicher bezahlen kann, dass die Daten sicher sind. Aber dazu gehört für mich aber auch, dass du deinen Content wirklich schützen kannst. Weil was bringt dir das, wenn du Content nimmst? Da bezahlt einer mal was dafür und dann kann der dieses Produkt vervielfältigen, ja, und quasi dann von deinem Produkt so profitieren, dass das selber verkauft. Also der Schutz sollte einmal auf der Sicht des Käufers sein, aber auch auf deiner Seite, dass dein Content nicht unendlich vervielfältigt werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig und an der Stelle solltest du dir auch wirklich Profis mit an die Hand nehmen. Das kannst du nicht mal eben so selber machen. Da muss man auch wirklich überlegen, welche Zahlungsanbieter kommen für mich, kommen für mein Produkt wirklich in Betracht. Und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt 6. Ich weiß, wir machen jetzt hier mal so einen Schnelldurchlauf, aber Punkt 6 ist die Fähigkeit, den Content, den du verkaufen willst, auch technisch so umzusetzen, dass die Leute hinterher damit glücklich und zufrieden sind. Was meine ich damit? Ja, es gibt ganz viele, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Coaches, die sind super im 1 zu 1 Coaching, die sind aber nicht in der Lage, die Inhalte in einen Online-Kurs zu bringen. Oder wir haben selber vor einigen Jahren mal einen Kurs gekauft, da sind mir fast die Haare ausgefallen, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein. Da haben wir einen bestimmten Geschäftszweig ausprobiert und haben gesagt, um uns dort reinzuarbeiten, brauchen wir einen Kurs, um das zu verstehen. Klar, wir hätten uns auch langwierig durch YouTube klicken können, aber wir haben halt eine gefunden, die wurde uns empfohlen und da haben wir uns den Kurs angeschaut und der Inhalt war okay, aber die Darbietung war eine absolute Katastrophe. Und du möchtest deine Kunden ja zufriedenstellen, du möchtest ja, dass das wiederkehrende Kunden sind, du möchtest ja keine riesen Umtauschquote haben, sondern du möchtest ja, dass die Leute wirklich sagen, boah, dieses Produkt von dir ist so toll, dass sie es a auf der einen Seite weiterempfehlen und b auch gerne nutzen und immer wieder gerne kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine eigenen Skills da auch wirklich trainierst und dass ihr in der Lage seid, den Inhalt, den ihr vermitteln wollt, auch wirklich entweder in Video zu bringen oder in geschriebene Worte, es kann ja auch ein Buch sein oder in entsprechende Audio-Files. Aber auch so immer wieder aus der Sicht des Kunden ist das Ansprechen für denjenigen gestaltet und geht einfach nicht. Klar, du kannst ein Werbevideo für deinen Kurs mit dem Handy machen, was halt wackelig ist, aber in dem Moment, wo die Leute 90 Euro, 100 Euro, 300 Euro oder teilweise noch mehr dafür bezahlen, dann sollte es auch ein qualitativ hochwertiges Video sein mit einer guten Audio-Qualität und mit einer guten Bild-Qualität und vor allen Dingen sollten da möglichst wenig Versprecher drin sein. Ich weiß, ich verspreche mich auch, aber das ist jetzt hier auf YouTube. Da mache ich mir natürlich auch eine Menge Mühe, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier kriegen die Leute meinen Inhalt kostenlos. Wenn ich einen Kurs aufnehme, kann es sein, dass ich einen Take bis zu 50 Mal wiederhole, bis der Satz so gesagt ist, dass ich sage, ja, das ist es halt, ja. Und das solltest du, diesen Anspruch solltest du für dich selber auch nehmen. Und das Gleiche ist, auch wenn du beispielsweise ein T-Shirt-Business hast, ja, prüfe vorher, wird auch die Qualität des Produktes so nach draußen gegeben, wie du es am Anfang versprochen hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem siebten Punkt und der ist für mich unglaublich entscheidend, ja, weil spätestens an dem Punkt scheitern sehr, sehr viele. Es geht um das Stichwort Traffic, ja. Du brauchst Leute, die auch auf deine Seite kommen, die auf deine Produktseite kommen, um dieses Produkt auch zu kaufen. Weil es bringt ja nichts, wenn du ein tolles Produkt hast und eine tolle Seite hast und du hast einen tollen Zahlungsanbieter und du hast auch verstanden, welches Problem du zu lösen hast, aber dich findet keiner. Und dazu ist es wichtig, die Spielregeln vom Online-Marketing zu verstehen. Du brauchst auf jeden Fall eine konvertierende Landingpage, also eine Page, wo Leute hinkommen und von daraus auch den nächsten Schritt machen. Du brauchst auf jeden Fall jemanden, der sich mit SEO-Optimierung auskennt, also dass die Stichworte quasi, die Stichworte, die Keywords, die im Hintergrund verwendet werden, dich auch bei Google möglichst weit nach vorne bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du musst natürlich die Klaviatur zwischen organischem Traffic und bezahlten Traffic perfekt spielen können. Was will ich damit sagen? Naja, den organischen Traffic baust du dir durch Vertrauen auf, indem du deine Plattform, das habe ich vorhin schon gesagt hast, immer wieder bespielst, immer wieder zeigst, dass du Expertin, Experte auf diesem Gebiet bist und die Leute dann dadurch auch gerne bereit sind, sich bei dir in deine E-Mail-Liste einzutragen oder direkt über deine Werbeanzeigen zu kaufen. Der nächste Weg ist natürlich der bezahlte Traffic. Da nutzt man dann gerne Facebook-Ads oder auch Google-Ads. Das sollte aber immer nur als Ergänzung sein, weil dieser bezahlte Traffic ist ein sehr teurer Traffic. Da musst du deine Zielgruppe wirklich extrem gut kennen. Du musst es gut targetieren können, weil ansonsten verballerst du relativ schnell ein paar tausend Euro, ohne dass irgendjemand deinen Kurs gekauft hat oder dein Online-Produkt oder dein T-Shirt. Für uns ist es immer als Ergänzung. Also erstmal organisch wachsen, dann dieses Geld, was du darüber verdienst, ruhig auch schon mal in bezahlten Traffic hineinstecken und dann wirklich herausfiltern, wie kann ich die Leute wirklich durch bezahlte Werbung ideal erreichen. Aber ohne Traffic, ohne dass man dich kennt, wirst du deine Produkte nicht verkaufen können. Also ich hoffe, dass dir diese sieben Schritte so ein Stück weit helfen, mal dir über die einzelnen Punkte, gerade mit Blick auf dein eigenes Business, mal Gedanken zu machen. Und falls du dabei Unterstützung brauchst, ich verlinke das hier unten unter dem Video nochmal. Du kannst einen kostenlosen Strategie-Call mit uns buchen, mit mir buchen, mit Conny buchen, wo wir genau über dein Business sprechen. Ist hier unten verlinkt, einfach mal draufklicken, ist für dich kostenlos und absolut unverbindlich und wir schauen uns einfach mal an in diesem Call, an welcher Stelle du gerade stehst, an welcher Schraube du drehen solltest, na ja, und wie du möglichst schnell in den Erfolg kommst. Aber eine ganz große Bitte, fall bitte nicht auf diese Versprechen ein, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie du innerhalb von ein paar Wochen zum Millionär wirst. Das ist sehr unwahrscheinlich und zieht dir eigentlich nur Geld aus der Tasche und bringt dich nicht dahin, wo du willst. Wenn du wirklich ein erfolgreiches Online-Business machen willst, dann solltest du diese sieben Schritte wirklich beherzigen und Schritt für Schritt vorgehen. Und denk immer dran, ein erfolgreiches Online-Business baut man nicht über Nacht auf, sondern das ist wirklich ein Marathon. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich und es ist der Weg der Zukunft. Also, viel Erfolg, bis bald und ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar unter diesem Video. Bis dahin. Tschüss.